Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute möchten wir Ihnen zeigen, warum das Middigemüse so gut ist wie aus dem eigenen Garten. Schon vor dem Ansehen sind die Fachleute von GOP auf dem Feld und nehmen die Bodenproben zum Untersuchen mit. Das Wachstum wird überwacht und die Ernte sorgfältig kontrolliert. So kommt garantiert nur frisches Gemüse von aller bester Qualität direkt vom Feld in die Produktion. Dort wird es dann sofort in die Dosen abgefüllt und dank dem schonenden Sterilisieren bleiben die Nährwerte und auch die Vitamine erhalten. Ich möchte Sie jetzt an das Tischlein Deckdich vom Middigastronom einladen. Sehr schön, danke. Dankeschön. Bei GOP gibt es nämlich vier herrliche, bachofenfertige Gratin-Gerichte. Hmmm, lustig. Tortellini à la panna, Caneloni, Lasagne und einen herzhaften Gratin Dauphinua mit Schinken. Die neuen Middiggratin sind übrigens unkühlthaltbar, sodass Sie immer einen kleinen Vorort zu Hause haben können. Wenn Sie also mal nicht wissen, was Sie kochen wollen oder wenn jetzt ganz unerwartet Besuch kommt, gar nicht mehr lange studieren, einfach gratinieren. Die neuen GOP Gratin können Sie gerade in der Aluschale in den Ofen stellen. Für Ihre selber gemachten Aufläufe und Braten gibt es bei GOP jetzt die hübschen Formen besonders günstig. Ebenfalls zum einmaligen Preis gibt es die praktische Stielkasserolle aus rostfreiem Edelstahl. Und die Bratpfanne, die man dank einem extra harten Silverstone-Belag leicht reinigen kann. Wenn Sie den Karies möchten, die Zähne zeigen, finden Sie bei GOP ein umfassendes Angebot an entsprechenden Produkten. Für eine wirksame Zahnpflege empfehlen wir Ihnen Colgate Fluor plus Mineral, das minzig-blaue Gel mit doppeltem Schutz vor Karies. Oder die erfrischende Belldent mit Fluor gegen Zahn und Zahnfleischprobleme. Oder Mentadent C, die die Plak entfernt und sich positiv auf die gesunde Haltung der Zähne auswirkt. Dentalux Zahnbürste mit Hygieneverschluss, werden von der Universitätsinstitut empfohlen. Optimalen Schutz vor Karies bietet ACT, die ergänzende Fluor-Zahnspülung. Und zur Pflege von Mund und Rache gehört auch Odol, das erfrischende Mundwasser für sympathische Atem. Und jetzt noch eine Neuheit für alle, die gerne Süsses haben. Sie heisst Soja Dessert. Schmeckt unheimlich frisch und cremig, enthalten viele Fruchtstücke, aber wenig Kalorien. Und weil es mit Aspartam gesüsst wird, ist es auch für Diabetiker geeignet. Ganz etwas anderes, aber auch etwas Gutes offeriert Ihnen jetzt die Studio-Küche. Mit Harttöpfeln gibt es immer etwas Gutes. Das kann ich Ihnen anhand dieser Sauce-Harttöpfel einmal mehr beweisen. Zuerst eine gehackte Siebel in Öl und Anken andämpfen. Dann gescheiblete, abtrocknete Harttöpfel dazu. Kurz mitdämpfen. Mit Bouillon ablöschen, dass sie gerade bedeckt sind. Dann mit Salz, Pfeffer, Muskelnuss und ein wenig Peterli würzen. Und auf kleinem Feuer weich kochen und ab und zu vorsichtig umrühren. Vor dem Servieren kommt ein wenig Rahm dran. Dann die Sauce noch einmal aufwärmen und mit Zitrone abschmecken. Ganz zum Schluss den Rest der gehackten Peterli darüber streuen. Zu diesen Sauce-Harttöpfeln empfehle ich Schweins, Kalbs oder Leberblätzli. Das Rezept steht wie immer in der Coop-Zeitung dieser Woche. Einen guten. So, das wäre es gewesen. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen und wünschen noch einen schönen Abend. Und jetzt zeigen wir Ihnen noch ein paar interessante Angebote. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Coop Kaffee Jubilo, 250 Gramm statt 4,20 nur 3,70. Und 500 Gramm statt 8,10 nur 7,10. Espresso, 225 Gramm statt 3,30 nur 2,80. Filterfertige Coop Kaffee Vag Jubilo, 500 Gramm statt 8,40 nur 7,40. Lola Schokolade, 5 Tafeln an 100 Gramm statt 5,60 nur 4,60. Wiff Suppenreiniger, 2 Flaschen statt 7,20 nur 5,40. Und noch morgen über Monat am Samstag Coop Speiseöl statt 4,45 nur 3,95. Moro Blutorangen, das Netz an 2 Kilo nur 2,30. Tragtaschen an 4 Kilo nur 4,40. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.